Ich finde den Film Fridays wichtig und hoffe, dass er zustande kommt und viele Menschen bewegt und erreicht, damit wir zeigen, wo überall Lösungen sind, wo engagierte Menschen unterwegs sind. Al Gore hat mit seinem Film viele Menschen wach geküsst und klargemacht, die Klimakrise geht uns alle an. Und diesen Erfolg wünsche ich auch dem Film Fridays. Herzlichen Dank für Ihre Unterstützung, denn wir Ärzte können die Gesundheit der Menschen nur auf einem gesunden Planeten verbessern. Vielen Dank.